Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Inside Clips zum nächsten Video. Heute werfen wir mal einen Blick auf die ganze Geschichte rund um den DFL Investor und vor allem natürlich auch auf Schalkes Sicht der Dinge. Denn unser Verein hat ja gestern bei der DFL Sitzung für Ja abgestimmt. Es war eine Entscheidung, die schon vor einigen Tagen bekannt gegeben worden ist und vor allem auch bei uns Fans für Kritik gesorgt hat. Und deswegen wollte ich heute nochmal mit euch ganz genau über das Thema DFL Investor sprechen. Zum einen, was es damit überhaupt auf sich hat, also sachlich mal darauf zu schauen, was überhaupt der generelle Plan ist, wie es ausschaut. Natürlich auch bezüglich unserem Verein, was vielleicht auch Schalker damit zu tun hat und warum es eben auch diese Kritik an Schalkes Entscheidung gibt. Ihr konntet ja auch heute Morgen mir ein paar Themenvorschläge machen hier im Community Club. Da hat es eben auch einen Zuschauer von euch vorgeschlagen. Ich hatte es generell aber auch vor, heute mal anzusprechen. Wenn ihr weitere Ideen habt für solche Analysen auf Schalk Insight Clips, schreibt mal gerne genau solche dann in die Kommentare. Und jetzt blicken wir mal auf Schalkes Ja zum DFL Investor. Ich habe bereits auch heute auf Kickoff genau dazu ein Video gemacht, auch da nochmal ausführlich auf das Große und Ganze drauf geschaut. Und will auch hier nochmal kurz und knapp dazu was sagen, was der generelle Plan ist von der DFL. Also man erwartet 900 Millionen Euro bis eine Milliarde Euro von diesem Investor und dieser wird wohl aus der Private Equity Branche kommen. Und in dieser Branche sind vor allen Dingen auch Unternehmen tätig, die bereit sind, sehr, sehr viel Geld zu investieren, aber natürlich auch das klare Ziel haben, dann auch ordentlich Geld auch wieder rauszuholen. 8% der Einnahmen aus den Erlösen der Vermarktungsrechte sollen dann im Gegenzug an den Investor gehen und die Vermarktungsrechte, die sollen dann noch in einer noch zu gründenden Tochterfirma der DFL mit dem Namen Mediaco gebündelt werden. Die Laufzeit der Zusammenarbeit und damit auch der Zahlungen an den Investor, die beträgt 20 Jahre. Und das finde ich schon ein sehr spezielles Thema, weil 20 Jahre ist in einem Leben schon sehr, sehr lang und im Fußballbusiness umso mehr. Es geht hier vor allen Dingen auch grundsätzlich um die beiden Themen Digitalisierung und Internationalisierung und da hat die DFL auch auf jeden Fall Nachholbedarf im Vergleich zu anderen Ligen. Und es gibt auch seitens der DFL klare rote Linien, dass zum Beispiel der Investor keinen Einfluss auf die Gestaltung des Spielplans haben soll. Es soll nicht gegen den Willen der Klubs Spiele ins Ausland verlegen können oder auch Playoffs einführen und das alles bleibt in den Händen der Klubs. Es ist wohl tatsächlich zumindest mal laut der DFL nur wirtschaftlicher Einfluss, der wenn überhaupt durch den Investor möglich sein wird. Und dann gab es ja gestern diese Abstimmung seitens der DFL in Frankfurt und das war ja durchaus interessant. Denn bereits im letzten Mai und das ist ja dann nicht mal so ein gutes halbes Jahr her, gab es ja die erste Abstimmung, wo es ja zu viele Nein-Stimmen gab seitens dieses Investorenmodelles. Und dadurch kam ja schon auch so ein bisschen die Frage auf, warum ging das denn jetzt so schnell, wurde vielleicht auch Druck ausgeübt. Und generell war der Kritikpunkt eben auch da, dass es ein bisschen zu schnell durchgedrückt werden musste mit dieser Abstimmung, denn es ging schon wirklich zügig. Und gestern gab es eben dann die Entscheidung. Es brauchte für ein Ja zum DFL-Investor eine Zweidrittelmehrheit. Wir haben ja in Deutschland 36 Profiklubs, 18 aus Liga 1, 18 aus Liga 2. Und 24 Klubs mussten somit für Ja stimmen. Und interessanterweise waren auch exakt 24 Klubs dafür. Dagegen waren beispielsweise Freiburg, Köln, Union Berlin, St. Pauli, Düsseldorf, Nürnberg, Braunschweig, Hertha, Magdeburg. Plus noch ein weiterer nicht namentlich genannter Verein, Augsburg und Osnabrück. Die hatten sich enthalten. Eine Enthaltung war aber bei der Wertung der Stimmen wie eine Nein-Stimme. Und die Geschäftsführer Mark Lenz und Steffen Merkel können also nun in Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern treten. Und dann dem Präsidium das Angebot zum Abschluss vorlegen. Denn es gibt eben die nötige Zweidrittelmehrheit eben auch, weil Vereine wie zum Beispiel Stuttgart, Karlsruhe oder Schalke ihre Stimme im Vergleich zum Mai verändert haben. Denn da gab es ja von Schalke noch ein klares Nein. Jetzt gab es von Schalke ein klares Ja. Und deswegen kam ja auch die große Frage auf, warum hat Schalke eigentlich für Ja gestimmt? Und da müssen wir natürlich hier auch nochmal drauf schauen. Denn natürlich soll es in diesem Video auch vor allem aus der Sicht der Dinge gehen von uns Schalkern. Und da hat es ja Schalke, ich glaube letzten Freitag war es, eine öffentliche Stellungnahme zu abgegeben, dass man dann doch für den DFL-Investoren-Deal ist auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen. Also es gibt ja diese besagten roten Linien und die sind eben auch für Schalke entscheidend. Und ganz interessant, um das auch nochmal einzuordnen, wer denn jetzt hier für Schalke entschieden hat. Vorstand und Aufsichtsrat haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen und der Forscher hat es eben auch dann folgendermaßen begründet. Die Mehrheit der Klubs ist sich einig, dass wir wirtschaftlich und sportlich eine Weiterentwicklung des deutschen Profifußballs brauchen, um gegen die vielfältige Konkurrenz auf dem Medienmarkt langfristig bestehen zu können. Wir müssen als Liga unternehmerischer denken und agieren. Mit Blick auf die Zukunft sind der deutsche Fußball andernfalls seine Webwerbsposition als Sportler Nummer 1 aufs Spiel. Insbesondere wegen des veränderten Nutzungsverhaltens der jüngeren Generation. Deshalb standen wir in dem Prozess, Exzene Kapital und Expertise in die DFL zu holen, von Beginn an grundsätzlich positiv gegenüber, hat unser Vorstand hier nochmal erklärt. Im Mai hat nämlich Schalke noch dagegen gestimmt, weil da die ganze Problematik mit TV-Geldern noch eine große Rolle gespielt hat. Nun ist aber Top 2 weggefallen, aus dem eben direkt Gelder an die Klubs ausgeschüttet werden sollten. Und das eben auch mit Hilfe des TV-Gelder-Verteilungsschlüssels. Und hier will sich Schalke auch auf jeden Fall ganz klar für einsetzen, dass die TV-Gelder anders verteilt werden. Was ja auch im Sinne von fanreichen Klubs ist, vielleicht auch eher traditionsreicheren Klubs ist und auch deutlich fairer ist, dass TV-Gelder so verteilt werden, wie eben auch TV geschaut wird, seitens der Anhängerschaften, seitens der Reichweiten durch verschiedene Vereine. Und deswegen könnte man natürlich jetzt so ein bisschen meinen, Schalke hat jetzt dafür gestimmt, weil man vielleicht auch dafür im Gegenzug dieses Thema mehr aufnehmen wird. Und deswegen hat Schalke das auch noch einmal erklärt. Wir sind weiter nicht dazu bereit, den aktuellen nicht zielgerichteten Verteilungsschlüssel durch exzene Gelder weiter zu festigen, was aus unserer Sicht durch das uns ursprünglich vorgestellte Modell passiert wäre. Vor einem halben Jahr sollten die erwarteten Erlöse nach dem aktuellen TV-Geld-Verteilerschlüssel an die Klubs weitergegeben werden. Jetzt steht ausschließlich die Stärkung des deutschen Profifußballs im Fokus. Deshalb wird sich der Vorstand für eine Umsetzung des Prozesses aussprechen. Hat sich unser Verein geäußert und dann nochmal als Vorstand weiter ergänzt. Unsere Erwartungshaltung bei einer 20-jährigen Festlegung der Zentralvermarktung ist, dass die in Aussicht gestellte Diskussion hinsichtlich des TV-Geld-Verteilerschlüssel Zeitner stattfindet. In der Folge kann hier das Ergebnis nur die notwendige Anpassung zugunsten der reichweitenstarken Klubs der eigentlichen Werttreiber sein. Wir danken insbesondere den Geschäftsführern der DFL, dass sie den Ball so schnell wieder aufgenommen haben und ein gutes Gesamtkonzept zusammengestellt haben. So also nochmal ganz kurz und kompakt Schalkes offiziellen Aussagen dazu aus dem Presse-Statement von vor ein paar Tagen. Und was für mich einfach hier auch als Schalke-Fan wichtig ist, dass sich Schalke eben auch tatsächlich für diese TV-Gelder-Verteilerschlüssel-Geschichte einsetzen will und einsetzen wird. Trotzdem muss hier, finde ich, auch die ganz klare Frage erlaubt sein, ob das denn für die DFL selber überhaupt eine große Rolle spielt. Weil die werden sich jetzt erstmal mit der Investorengeschichte beschäftigen. Und ich glaube nicht, dass Schalkes Hoffnung dann erfüllt wird, dass das ganze Thema TV-Gelder-Verteilung zeitnah rangeführt wird. Glaube ich persönlich nicht dran. Vielleicht gibt es da Versprechungen oder was auch immer. Und was ich kritisch sehe und was mich wirklich auch bei der Stellungnahme gestört hat, dass sich hier keiner wirklich äußert. Also klar, unser Vorstand hat sich geäußert, aber auch nicht namentlich. Und das finde ich schade und ist eben auch ein Sinnbild der ganzen Geschichte. Beispielsweise war ja auch die Abstimmung gestern nicht öffentlich, sondern geheim. Und das ist ja schon irgendwie ein klares Signal dafür, dass man eine gewisse Angst davor hat, von seinen Fans ganz klar eben auch kritisiert zu werden. Und es ist für mich auch wiederum ein Sinnbild, dass wir einfach aktuell, ja, führungslos sind und sich keiner dann wirklich dahin stellt und dann eben auch zu einer solchen Entscheidung steht. Dann ist eben in diesem Presse-Statement nur geschrieben, der Vorstand sagt oder der Verein sagt. Das finde ich ist auch nochmal so ein Punkt, der mich tatsächlich hier schon sehr gestört hat. Und deswegen gibt es ja auch in Summe sehr viel Kritik seitens der Fans, sowohl bei uns als auch bei nahezu jenem anderen Verein. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was jetzt noch passiert. Denn bei Schalke war es ja zum Beispiel so, dass wir zwar keine Plakate in der Kurve gesehen haben, wie bei anderen Vereinen. Auch zum Beispiel Hansa Rostock hatte ja am Sonntag Plakate in der Kurve gegen den DFL-Einstieg. Ich habe das bei uns nicht gesehen. Vielleicht habe ich es auch verpasst, aber ich habe es bei uns nicht gesehen. Aber natürlich gibt es auch bei Schalke große Aufregung. Denn ein großer Teil, ich glaube, das kann man schon so sagen, der Fans und auch der Mitglieder waren dagegen. Trotzdem wurde so entschieden, wodurch auch dann das große Thema aufgemacht wurde. Warum sind wir denn ein e.V., wenn wir Mitglieder gar nicht mitentscheiden dürfen? Klar, am Ende ist das auch generell eine Thematik seitens der DFL, die vor allen Dingen natürlich auch uns Fans was angeht. Aber zum Beispiel bei uns auf Schalke ist es ja so, dass wir ja als Mitglieder ein Aufsichtsrat wählen, dem wir sozusagen dann auch die Entscheidungsmacht mitgeben. Also das muss man ja schon so sagen. Und deswegen, ja. Aber was natürlich auch klar ist, solche Maßnahmen zur Digitalisierung und auch zur Internationalisierung, die sind schon sinnvoll. Also da sind sich auch alle Parteien einig. Aber zum Beispiel haben dann auch Vereine wie Köln oder Freiburg gesagt, und die sind ja zum Beispiel öffentlich dagegen, dass sie fordern, dass die Clubs eben dieses Geld selbst aufbringen sollten, um eben auch dann die ganze Geschichte anzukurbeln ohne externen Geldgeber. Und was für mich auch nochmal wirklich ganz klar wichtig ist, die Stärkung der Auslandsvermarktung, die hilft eigentlich nur den großen Clubs. Also die Schere zwischen Arm und Reich, um es jetzt mal plakativ auszudrücken, oder eben zwischen Liga 2 und Liga 1, zwischen kleineren Clubs und größeren Clubs, die wird dadurch nur noch größer. Und das ist, finde ich, eine große Problematik für den deutschen Fußball. Ich bin der klaren Meinung, dass wir uns erstmal selber darum kümmern sollten, Liga 1 und Liga 2 attraktiver, spannender zu gestalten und nicht direkt aufs große Ganze gehen und noch mehr Leute aus dem Ausland ranholen sollen, die irgendwie den deutschen Fußball verfolgen wollen. Ist für mich nicht die richtige Herangehensweise. Wenn man eben auch dann solche Drohungen hört, wie von Leverkusens Geschäftsführer Caro gegenüber der zweiten Liga, war ja auch ein Widerspruch. Ganz klar aus großen Teilen der Liga 2 kam, finde ich, ist das schon wirklich nicht zu akzeptieren. Wenn man dann zum Beispiel nach Hannover blickt, da hat ja der e.V. was, glaube ich, dagegen stimmen wollen. Geschäftsführer Martin Kind dann den Auftrag gegeben, stimme auf jeden Fall dagegen. Und wie man hört, hat Martin Kind trotzdem dafür gestimmt. Und daran sieht man eben auch, wie riskant die ganze Geschichte auch einfach ist. Und man darf eben auch eine Sache nicht vergessen. Grundsätzlich ist das eine Wette auf die Zukunft. Also ein dauerhafter Abzug der 8% sorgt natürlich auch für den Zwang zur Steigerung der Einnahmen. Sonst braucht es eben auch dann irgendwo anders her Geld und das ist eben auch eine große Problematik. Und was natürlich auch für uns Fans eine große Frage ist, bleiben diese roten Linien wirklich bestehen? Ich denke, das ist schon erstmal so angedacht, dass das erstmal bestehen bleibt. Aber noch einmal, 20 Jahre sind eine enorm lange Zeit und natürlich will ein Investor mitreden. Also mir kann keiner erzählen, dass ein Investor einsteigt mit einer Milliarde Euro und nur sagt, nimm mein Geld, mach damit mehr und ich bin zufrieden. Der wird da mitbestimmen wollen und auch in Sachen, ja, Spiele ins Ausland verlegen, Anstoßzeiten und sowas schon was verändern wollen. Und ich würde nicht ausschließen, dass da eben auch tatsächlich was passiert. Und am Ende ist ja auch die große Frage, man muss somit mehr Geld verdienen. Und wie kriegt man mehr Geld rein? Indem man Preise erhöht. Preise von Tickets, Preise vielleicht auch von Abos, was Streaming-Dienste angeht. Und wer muss es somit bezahlen? Wir Fans. Und deswegen sehe ich die ganze Geschichte wirklich kritisch, so wie man es jetzt eben auch machen will. Und kann auch sehr, sehr gut verstehen, dass unser Verein seitens unserer Fans dafür sehr kritisiert wird. Weil, noch einmal, Schalke bezieht sich in seiner Begründung sehr stark darauf, dass man zwar sich einig ist, dass Digitalisierung, Internationalisierung wichtig ist. Und noch einmal, das kann man auch durchaus so nachvollziehen und akzeptieren. Aber Schalke bezieht sich eben sehr darauf, dass durch diesen Topf 2 mit den TV-Geldern, der weggefallen ist, gefühlt alles gut ist und das die richtige Entscheidung ist. Und ich finde, da macht es sich Schalke zu einfach und man geht mal wieder von irgendwelchen Szenarien aus, die noch gar nicht eingetreten sind. Thema TV-Gelder-Verteilerschlüssel. Damals Schalke jetzt, ja das wird auf jeden Fall jetzt besprochen, das haben sie uns zugesichert, das wird auf jeden Fall passieren. Weiß man es denn, ob es tatsächlich jetzt passieren wird? Deswegen finde ich, Schalkes Begründung durchaus schwammig und mal wieder typisch für eben unsere aktuelle Vereinsführung. Und ich bin sehr gespannt, ob am Freitagabend gegen der Spielvereinigung aus Fürth gewisse Protestbanner irgendwie zu sehen sind seitens der Nordkurve, um da vielleicht auch nochmal ein Statement zu setzen. Klar, man kann jetzt sicherlich an der ganzen Sache nichts mehr ändern. Es wurde für einen Investoreneinstieg gesprochen bei der DFL. Und dann reden wir vielleicht bald über eine Bundesliga mit neuem Namen und eine zweite Liga mit neuem Namen und einen Sponsor davor. Ob man das dann braucht, ob das die richtige Entscheidung ist. Dies wage ich zumindest mal durch meine ganze Recherche nochmal eine Meinung bilden für mich eher zu bezweifeln. Aber mich interessieren auch eure Meinungen dazu. Was denkt ihr, hat Schalke da richtig entschieden dafür zu stimmen? Generell ist das eine gute Sache für den deutschen Fußball oder vielleicht noch nicht? Schreibt dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr wie gesagt auch gerne weitere Videoideen vorschlagen. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalke.